und damit herzlich willkommen in diesem video möchte ich euch einmal crontabs beziehungsweise die daraus resultierenden cronjobs etwas näher bringen wie man die anlegt und was sich überhaupt so richtig macht und für was man die so verwenden kann und so weiter das möchte ich euch ja alles mal schritt für schritt zeigen cronjobs was sind das überhaupt nun das ist nichts anderes wie die aufgabenplanung unter windows das heißt man kann eine bestimmte aufgabe wie zum beispiel einen befehl ausführen oder eine datei starten zu einer bestimmten zeit immer wiederholen oder zu einer bestimmten zeit ausführen und wie wir dahin kommen und wie wir das genau einstellen das zeige ich euch mal ich bin in meinem fall jetzt auf meinem raspberry pi eingeloggt ihr könnt das aber auf jedem anderen linux system ganz genauso machen deswegen habe ich mich hier auch mal mit root angemeldet ihr könnt das aber auch aus jedem user heraus machen jeder user und auch root zum beispiel ist ja auch nur ein user der hat jeder user hat also seinen eigenen crontab also seine eigene aufgabenliste die er dann täglich oder minütlich oder wie auch immer ihr das einstellt dann abarbeitet und wie ihr da reinkommt ist ganz einfach da gibt ihr einfach den befehl crontab entschuldigung crontab minus e für editieren ein und dann kommt ihr hier in so eine neue ja wie soll ich sagen übersicht ich habe bei mir schon mal alles raus gelöscht außer das wort aufgaben das habe ich einfach reingeschrieben immer wenn eine raute davor steht das ist jetzt hier gerade so schön mit meinem cursor markiert immer wenn eine raute davor steht dann wird diese zeile als kommentar gewertet also diese wird nicht ausgeführt ihr könnt also die datei mit rauten hier vollschreiben bis ihr schwarz werdet das wäre kein problem nur die raute also wo die raute davor fehlt das wird eben als aufgabe ausgeführt ok bis hier erstmal soweit klar wie können wir das nun anlegen angenommen wir möchten wir denken uns jetzt mal was aus wir möchten jeden tag sagen wir mal um 9 uhr 15 oder sagen wir mal um 20 uhr 15 da fangen ja die meisten filme im fernsehen an um 20 uhr 15 möchte ich ein skript starten was fernsehprogramme aufnimmt so das behaupte ich jetzt einfach mal dieses skript das denken wir uns jetzt einfach mal aus das liegt bei uns bei slash home slash takiri zum beispiel oder ein slash ach nennen wir es einfach mal skript punkt sh das liegt da jetzt nicht das ist nur als nur als symbolischer link jetzt mal gemeint und das soll jeden abend um 20 uhr 15 gestartet werden so keine ahnung ist jetzt nur so eine idee so damit wir das auch noch mit der zeit definieren können müssen wir davor was eingeben grundsätzlich gibt es fünf stellen ich mache das jetzt mal mit fünf sternchen 1 2 3 4 5 es gibt fünf möglichkeiten zeiten zu definieren der erste stern das ist fest definiert das sind die minuten also 15 in unserem fall weil wir jedes mal um 20 uhr 15 die datei öffnen möchten beziehungsweise ausführen möchten wir könnten jetzt anstatt den pfad da hinten können wir natürlich genauso gut auch irgendeinen befehl schreiben wie zum beispiel ping oder clear oder remove oder wie wir dann später bei anderen videos noch brauchen zum beispiel copy und so dann könnten wir hier einfach ähm sternchen rausnehmen und schreiben hier eine 15 jetzt in diesem fall wird zu jeder vollen stunde immer alle also nicht alle 15 minuten sondern immer um 1 uhr 15 2 uhr 15 3 uhr 15 und so weiter und so fort wird nach diesem befehl jetzt dieses skript ausgeführt das wollen wir nicht und aus dem grund gibt es hier noch den zweite sternchen das zweite sternchen sind nämlich die stunden wann das ausgeführt werden soll also wenn wir statt sternchen einfach jetzt zum beispiel 20 schreiben dann haben wir jetzt 20 uhr 15 und das aber jeden tag und zwar das dritte sternchen ist dann schon der tag das ist ja logisch irgendwie also das heißt wenn ich jetzt nur tag geht natürlich von 1 bis 31 ja also kalendertag wenn ich jetzt immer am sagen wir mal am fünften jeden monat möchte ich um 20 uhr 15 die aufnahme oder dieses skript halt da starten das hat ja nichts mit aufnahme zu tun sondern dieses skript soll jeden jeden monat am fünften um 20 uhr 15 gestartet werden würde dann so aussehen der nächste punkt das wäre noch die stunde man könnte jetzt die stunde sagen der monat entschuldigung ich bin jetzt ja der deutschen wind das wäre der monat also der monat geht logischerweise von 1 bis 12 angenommen ich möchte nicht jeden monat das ausführen sondern möchte nur im februar anschauen dann kann ich jetzt hier einfach eine 2 reinschreiben weil der zweite monat ja das letzte sternchen ist der wochentag den kann ich jetzt in dieser kombination jetzt nicht noch mit festlegen das heißt unsere konfiguration wäre jetzt das einzige was wir noch machen könnten so abspeichern und das war's weil wir können wirklich nur wir nehmen jetzt im februar am fünften februar um genau zu sein am 5 februar um 20 uhr 15 starten wir dieses skript und das jedes jahr logischerweise das wird ja immer wieder durchgeführt wenn wir jetzt nur einmal im jahr starten wollen beispielsweise also das ist in dem fall ja nur einmal im jahr dann können dann lassen wir das so ansonsten wenn wir das jetzt auch an februar und zum beispiel märz noch haben wollen dann können wir noch ein trick machen und zwar machen wir hinter die zwei vom februar wir dürfen nur nicht mit leerzeichen arbeiten leerzeichen bedeutet immer das wird dann die nächste zahl genommen also wenn wir jetzt hier einfach ein komma machen und zum beispiel februar und märz aufnehmen wollen dann tragen wir drei ein jetzt haben wir die möglichkeit das skript im februar und im märz jeweils am fünften um 20 15 zu starten wenn wir jetzt zusätzlich zum beispiel wir können jetzt noch mal was machen februar märz und april beispielsweise machen da gibt es jetzt zwei möglichkeiten entweder ich mache jetzt hier komma vier und wenn wir dann auch noch weitermachen wollen im mai juni juli und so weiter könnte ich jetzt immer kommen wir auch den nächsten monat rein machen das wäre möglich oder aber ich schreibe statt die kommer schreibe ich zwei bis vier das geht auch dann wird jetzt zwei drei vier abgearbeitet okay und genau diese funktion könnt ihr bei jeder zahl verwenden ihr könnt beispielsweise diesen befehl oder dieses skript auch stündlich ausführen lassen und zwar soll das nicht um 20 uhr sondern um 20 uhr um 22 uhr und dann noch mal nachts von drei bis 6 uhr ausgeführt werden das heißt es wird jetzt um 20 uhr 21 uhr nicht da haben wir nichts drin stehen dann wieder um 22 uhr dann wieder um 23 uhr nicht um 0 uhr nicht und ein uhr und zwei uhr nicht und dann um drei uhr um vier uhr um fünf uhr und um sechs uhr wird ausgeführt was auch immer dieses skript jetzt bringen soll es geht wie gesagt nur um ein beispiel und dann immer 15 minuten danach weil die 15 bleibt er hier feststehen wir könnten das jetzt hier vorne genau noch so einführen aber ihr seht schon so schwierig ist das eigentlich gar nicht das heißt wir haben jetzt im februar märz und april jeweils am fünften wir können das auch jetzt zum beispiel machen am sechsten und sieben und so weiter wir haben es am fünften februar fünften märz fünften april jeweils um 22 oder 22 22 und drei bis sechs uhr 15 jeweils das skript punkt sh ausgeführt jetzt kommen wir mal zu den letzten stadt wir lassen das hier oben einfach mal stehen und machen das noch mal neu 12345 so da machen wir jetzt hier dafür jetzt ein anderes skript aus und zwar liegt das zweite skript in home entschuldigung homes lechte takiri ich kann nicht mal meinen eigenen namen mehr schreiben das ist ja heute wirklich schlimm und dann werden wir das einfach mal skript zwei punkt sh ist ja völlig wurscht wie das heißt und das skript sollen wir jetzt nein das machen wir mal anders wir nennen das mal backup das wäre doch mal ganz interessant im backup und ich möchte jetzt wir stellen das vor wir haben eine firma das ist ein firmensurfer der server soll sich jeden freitag nacht optimalerweise freitag nachts um drei zum beispiel soll der immer diese backup datei ausführen und in dieser backup datei steht dann eben drin dass eben dateien kopiert werden und gesichert werden und hin und her das ist aber dann wieder das was in dem skript steht ist egal nur diese datei soll halt jeden freitag abend ausgeführt werden nun ist es ja freitag können wir ja hier oben bis jetzt noch gar nicht definieren und dafür haben wir das letzte stangen die letzten stangen das ist ein bisschen verwirrend gemacht die gehen von 0 bis 7 obwohl wir theoretisch nur sieben tage haben aber 0 bis 7 sind ja acht einstellige möglichkeiten 0 1 2 3 4 5 6 7 sind wir bei acht möglichkeiten die war haben und das ist auch warum auch immer so gemacht dass die 0 und auch die 7 also wenn ich jetzt hier zum beispiel die 7 schreibe dann ist das genau dasselbe wenn ich hier die 0 schreibe das ist beides sonntag eins ist montag zwei ist dienstag drei ist mittwoch und so weiter so fort und das bedeutet wenn wir jetzt jeden freitag haben wollen müssen wir hier eine 5 schreiben jetzt hätten wir jeden freitag ausgewählt aber wann genau ist auch nicht definiert und zwar müssen wir hier vorne die zeiten noch eintragen und zwar nachts um drei habe ich gesagt das heißt bei minuten muss null rein wenn ich hier das sternchen lassen würde nur als beispiel wenn ich jetzt nur bei stunde drei schreibe dann würde ja jede minute weil wir haben ja bei minuten stern drin jede minute würde hier das backup ausgeführt das heißt wir haben eine stunde lang ab der vier ja nicht mehr eine stunde lang haben wir insgesamt 60 backups das wäre ein bisschen bescheuert deswegen müssen wir hier vorne eine null schreiben also 03 wäre nachts um drei und zwar an im wochentag fünf also am freitag jetzt wird nachts um drei an einem freitag um drei gut das ist jetzt ein bisschen bescheuert theoretisch müssten wir samstag um drei machen weil freitags um drei na gut wir bleiben jetzt mal bei dem beispiel freitags um drei aber wenn wir freitags um drei machen was weiß ich um sechs kommt an den ersten arbeiter wieder das ist ja ein bisschen bescheuert wir müssten theoretisch hier nummer sechs machen wir machen jetzt nummer sechs damit dass samstag nachts um drei wird dann dieses backup punkt sh ausgeführt das wäre dann das hier dafür ja ich denke im großen und ganzen hat man das schon verstanden hoffe ich zumindest ihr seht also dieses gron tab oder gron job ist gar nicht so sehr kompliziert das erste sind wie gesagt die minuten dann kommt die stunden nach den stunden kommt der tag dann kommt der monat und dann kommt eben die sonderausgabe das sind die wochentage und die gehen eben von 0 bis 7 das ist das einzige blöde daran weil 0 und 7 ist halt das gleiche das hätte man auch von 0 bis 6 machen können aber vermutlich wäre es ein bisschen verwirrend gewesen hätte man vielleicht die 0 weglassen können oder wie auch immer aber gut ich bin nicht der entwickler davon ich habe hätte das ein bisschen anders gemacht nun ist es nun mal so ihr wisst bescheid 0 und 7 ist immer sonntags und die woche beginnt mit 1 mit montag so kann man sich am einfachsten merken denke ich ja und dann ob ihr dahinter jetzt irgendeinen befehl eine datei oder was auch immer ausführen lasst das ist ja vollkommen euch überlassen mein beispiel was jetzt wirklich vielleicht was bringen würde wäre zum beispiel wenn ihr immer nachts ich bleibe mal bei nachts um drei wenn ihr nachts um drei und das jeden tag und auch also ihr müsst immer leerzeichen dazwischen machen das dürft ihr nicht vergessen und auch jeden monat und so weiter zum beispiel mal abt minus get update ausführen lasst aber nur das update nicht das upgrade dazu update gleicht ja nur eure daten ab also das heißt eure datenbank von euren installierten programmen wird abgeglichen mit dem server wo alle neuen informationen da liegen und wird nur abgeglichen wie gesagt damit wird geschaut ob irgendwo updates verfügbar sind und beim upgrade erst also ihr könntet auch natürlich sowas schreiben abt minus get upgrade nur davon rate ich dringend ab denn wenn ihr das macht wird dann halt automatisch das upgrade ausgeführt also gut in dem fall sowieso nicht weil ja da fehlt noch ein jahr aber ihr wisst wie ich meine es wird automatisch nachts um drei immer das update ausgeführt und jetzt wird eventuell auch mal was geupdatet was ihr nicht wollt mir ist das nämlich schon mal passiert ich hatte das eine zeit lang nachts auf um drei jeden tag hat auch eine zeit lang wunderbar funktioniert und irgendwann ging gar nichts mehr und bis ich dann dahinter gekommen bin es wurde halt ein paket das war damals mein mysql server der mysql server wurde geupdatet und war dann mit meinen datenbanken nicht mehr kompatibel und ich habe mein teamspeak logischerweise meine webseiten meine gameserver und alles drum habe ich alles über datenbanken laufen mit einmal geht mein mysql server nicht mehr und ich stand da und wusste nicht warum gestern ging alles ich schlafe ein und wache früh auf und nichts geht mehr und das lag eben genau daran es wurde halt ein update eingespielt und das neue update hatte halt neue konfigurations dateien und das habe ich nicht mitbekommen bzw hätte ich auch nie mitbekommen können weil es ging halt automatisch und dadurch ging halt gar nichts mehr weil meine alten konfigurations dateien haben nicht mehr gepasst da kamen nur noch aromeldungen und ich stand früh da und habe mir gedacht oh mein gott und seitdem kann ich euch nur noch das hier empfehlen damit wird nur die datenbank abgeglichen aber ich denke dieser befehl den könnt ihr auch einfach manuell schreiben aber das war nur mal als beispiel für was er das zum beispiel nutzen könnt also um dateien auszuführen und beispielsweise backups zu machen oder dateien zu kopieren geht ja auch wenn ihr einfach cp schreibt oder beispielsweise ein update macht okay genug gelabert würde ich sagen ich denke ich habe hier genügend beispiele angebracht auch mögliche schreibweisen man sieht es hier oben nochmal mit komma und mit dem bis zeichen sternchen und so weiter auch hier dürfte wie gesagt am anfang nicht die null vergessen sonst wird eben jede minute ausgeführt ein sternchen bedeutet immer jede jedes mal jedes mal wenn das abgefragt wird wird das mit ja bestätigt also jedes mal also wenn wir hier vorne jetzt ein sternchen machen ich sage es nochmal dann wäre eben genau um drei um drei uhr eins um drei uhr zwei um drei uhr drei um drei uhr vier und so weiter sofort ja ich denke das ist verständlich wenn wir nur die null machen dann wird auch nur um drei uhr und null minuten das ausgeführt okay jetzt sagt mal daumen hoch daumen runter und damit weiß ich ob ihr es auch verstanden habt ich würde mich freuen wenn ihr wieder einschaltet und bis dahin macht's gut bis jetzt dazu noch ein Wiedersehen schön und nee